Ein herzliches Willkommen zu RiskMap24. Mein Name ist Tara Wiguta von Control Risks. Auch in diesem Herbst ist es uns ein Anliegen, Ihnen eine verlässliche und relevante Vorschau zu den Risiken im kommenden Jahr im 2024 zu geben. Dabei bitte ich Sie, auf drei Aspekte zu achten. Zum einen ist das eine Vorschau für Unternehmen, also für Sie und idealerweise aus Sicht der Unternehmen, die wir dort eingehen. Zweitens, wir sind bemüht, die deckungsgleichen Themen weltweit zu adressieren und das heißt drittens, Themen mit vor allen Dingen regionalen Bezug behandeln wir an anderer Stelle. Dazu finden Sie eine Vielzahl von Materialien auf unserer Website zum Thema RiskMap. Thematisch erwartet Sie unter den Überschriften in diesem Jahr wenig Neues. Da haben wir den geopolitischen Wertstreit zwischen den USA und China. Wir haben das Thema der Lokalisierung, das über die Datenlokalisierung nun mittlerweile in Produktions- und Wertschöpfungsprozesse geht. Wir haben den Umgang mit einer Vielzahl von Krisen, teils gleichzeitigen Umgang. Wir haben die Vielzahl der digitalen Risiken, die in unterschiedlichsten Permutationen daherkommen und sicherlich auch einen Bezug zu dem Thema Vertrauen haben und schlussendlich den Klimawandel und den Umgang mit dessen Folgen. Anders als in der Vergangenheit, dass wir mehr auf die Überschriften und die ersten Texte schauen und primär die Risikosicht, Risikoanalyseperspektive einnehmen, wollen wir in diesem Jahr mehr auf das Kleingedruckte achten und auf die hinter den Themen liegenden Chancen. Dies werden wir in fünf Videos tun. Den Auftakt bietet das gleich folgende Video. Wir wünschen uns, dass Sie nützliche Einsichten und nutzenstiftende Impulse gewinnen können, denn uns ist wichtig, dass wir für Sie den Unterschied machen können.